Wolfgang Schäuble meint es gut. Seine Berliner Konferenz soll helfen, die Finanzmärkte besser zu regulieren. Denn eins ist sicher, nie wieder darf der Steuerzahler die Zeche zahlen für nimmersatte Spekulanten. Und damit es nie wieder passiert, haben unsere Politiker seit 2008 ja auch einiges getan. Nämlich, Moment, ich hab's mir aufgeschrieben. Einen Scheiß hat sie getan! Einen Scheiß! Nichts hat sich geändert. Die Zuckerschweine stapeln weiter ihre Kohle und lachen sich kaputt über uns blöde Schwachmaten. Regulierung der Finanzmärkte! Ha! Am Arsch die Räuber! Schreibt dir das gefälligst auf, Schäuble! Spekulanten lassen sich nicht regulieren! Die Typen sind das Böse! Ich geh ja auch nicht zu Graf Dracula und sage, du, ähm, könntest du eventuell etwas weniger Blut saugen? Das Einzige, was hilft gegen Vampire und Spekulanten, ist das hier! Ein schöner Holzpflock, mitten ins Herz, damit die Verbrecher nie wieder... Ah! Oh Mann, das blöde Teil ist ja wirklich total spitz! Na, sag mal, sag mal, geht's irgendwo noch? Willst du mich eigentlich umbringen, hä? Sorry! 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 Ich werd dir gleich sorry, du dämlicher kleiner Pist!